Hier seht ihr eine Kingsuite. Alles schön verspiegelt. Das ist mal was ganz anderes. Super toll. Hier hat man einen eigenen Esstisch dabei. Komplette Couch, wo man schön sitzen kann, kurz im Fernseher. Ein super Ausblick zum Pool. Ganz, ganz toll. Und hier hinten ist dann ein Schlafzimmer. Schön groß. Und da ist dann auch noch ein Badezimmer. Mit Whirlpool Badewanne. Und hier nebendran hatten wir noch ein Schlachtzimmer. Und auch noch eine separate Toilette und Dusche. Super schön. Ganz, ganz toll gemacht. Auch noch ein Badewanne. Auch noch ein Badewanne.